Mein Name ist Klaus Schäfer. Ich bin Geschäftsführer des Filmfernsehen von Bayern, der wiederum die Institution ist, die in Bayern die Filmförderung, Fernsehförderung, Gamesförderung, überhaupt Medienförderung verantwortet. Ich freue mich auf die B3, ich freue mich auf Frankfurt, als alter Frankfurter sowieso. Für uns als Filmförderung in den letzten Jahren waren die herausragenden Filme diejenigen, die funktioniert haben, entweder im Kino oder im Fernsehen oder auf Plattformen oder auch auf Festivals, die Preise gewonnen haben. Ganz vorne dran unser dauererfolgreichster deutscher Film, nämlich Schuh des Manitou, mit über 12 Millionen Zuschauern in den deutschen Kinos, aber natürlich auch so Filme wie jetzt Faktio Böte 1, 2 und gerade ist gestartet Faktio Böte 3. die auch bisher die zwei Vorgänger über 7 Millionen Zuschauer hatten. Ganz wichtig sind auch unsere künstlerisch herausragenden Filme, die den Oscar gewinnen können, konnten. Nirgendwo in Afrika von Caroline Link oder auch das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmark. Das sind Meilensteine in unserer Förderpolitik. Jetzt freue ich mich auf Frankfurt, auf meine Heimatstadt, wo ich meine Leidenschaft Film, Fernsehen, Serien, Medien frönen kann. Meiner ganz großen Leidenschaft Fälle spielen eher nicht, aber dafür gibt es andere Gelegenheiten. Vielen Dank.